Dieses Jahr machen wir Softwarearchitektur im Stream live von der OOP. Lisa, was ist denn Softwarearchitektur im Stream? Also Softwarearchitektur im Stream ist ja das klassische Format, wo Zuschauer Fragen stellen können und du, Eberhard, leitest sie weiter. Und das Besondere an Softwarearchitektur im Stream von der OOP ist, dass wir jeden Mittag von Dienstag bis Donnerstag senden, Interviewgäste haben und zu verschiedensten Themen mit denen sprechen. Und am Donnerstagabend haben wir außerdem den Englisch Evening. Da kommen dann auch nochmal einige von den englischen Sprechern und wir machen dort dasselbe. Das Ganze läuft auf YouTube und auf Twitch und ihr könnt Fragen stellen, Kommentare abgeben, mit denen wir uns dann dort live beschäftigen. Das ist also eure Möglichkeit nochmal mit den Sprechern live zu interagieren. Mehr Informationen gibt es bei software-architektur.tv und wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme, viele Fragen, viele Kommentare. Bis dahin.